Jo, nein, herzlich willkommen zurück zu Deponia, meine lieben Freunde und Crows da draußen. Ja, wir sind seit der letzten Folge sind wir hier im zweiten Akt auf alle Fälle. Wir haben schon mit dem Doktor den Quatsch, wir haben schon Stromumkehrer zusammengebastet, ein Klenet-Mini-Rätsel. So, und bevor wir jetzt die Folge weiter anfangen, würde ich sagen, sagen wir oder hören wir den Poké nochmal dazu? Oh, da sehe ich einen ganz hervorragenden Screen, den ich noch aus meinen Kindestagen erinnere. An diesem Screen bin ich nämlich alt geworden, also wirklich alt und jeder von uns ist glaube ich daran alt geworden, die Grafiker, die Skripte und zwar hauptsächlich wegen, gut im Zentrum des Bildes zu erkennen, wegen des Minebikes, das in alle möglichen Richtungen fahren musste, nach vorne größer werden, dann rausfahren und so weiter und so fort und wir hatten da alles mögliche überlegt, ein 3D-Modell gebastelt und wir halt irgendwie diese Animationen einigermaßen hinbekommen, dann ist uns aufgefallen, dass wir halt irgendwie unglaublich viele Animationen vorhalten müssen. Er fährt ganz durch, er fährt nur bis zur Mitte, er fährt von der Mitte nach links, von der Mitte nach rechts, von links nach rechts durch, von rechts nach links durch und das vorne, hinten und an der Seite, dann mit dem Fahrstuhl noch nach oben und runter. Also besonders alt wird man ja, wenn man keine Sauerstoffzufuhr bekommt, was zum einen daherkommt, weil man sehr viel reden muss, um halt allen alles zu erklären, aber man wird auch sehr alt, wenn man keine Sauerstoffzufuhr bekommt, weil einem die Luftröhre von Grafikern und Skriptern gleichermaßen in einer ungewohnten Einigkeit zugedrückt wird, weil sie sagen Du spinnst doch, Boki! Lass uns in Ruhe mit deinem Scheiß-Mind-Mike! Also ich fand, es hat sich gelohnt. Ja, das stimmt, also ich finde das auch nicht schlecht, also was da immer so für eine Arbeit hinter ist, ne, an Grafiker und Skriptern, das alles zu animieren und alles, das ist alles nicht so einfach. So, wir sollten, wir werden auf alle Fälle erstmal in den Schalter drücken. Okay, jetzt sind wir wissen hier oben. Hier können wir schon mal eine Kontrolltafel sehen. Jep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. So, was haben wir hier drinne? Schlüsselkasten. Oh, noch abgeschlossen. Hier haben wir einen Lappen. Okay, den können wir uns mitnehmen. Was haben wir hier? Einen Knopf. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Hä? Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Komm mal da rum ja. Da steht... Ja, ja, das haben wir jetzt hier. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. So, was können wir... Na, wir gucken erstmal noch was, was wir hier noch machen können. Aussteigen. Losfahren. Okay. Da oben ist noch ein Hebel. Fahren wir jetzt erstmal los. Hä? Achso, das bringt... Nee, warte mal. Nee, warte mal. Komm mal ruf. Boah, das ist ja ganz kurios hier. Ja, wie oft wird es noch sein? So, wir müssen jetzt erstmal den... Dass wir hier hochkommen. Also müssen wir hier irgendwo noch irgendwas machen. Ah, wir können hier noch raus zur Tunnelpassage. Okay, jetzt können wir nämlich den Knopf erstmal drücken. Passiert immer. Aha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ah. Ganz groß. Aber jetzt können wir hoch und runter. Das ist ja auch nicht mal schlecht. So, was können wir hier noch machen? Können wir irgendwas mit den Vögeln machen? So, Schaltzentrale runter. Hier ist noch ein Signallicht. Alle Signale stehen auf los. Nee, die müssen aber auf Stopp. Wir müssen ja... Wir dürfen ja nicht weiterfahren. So, wenn wir jetzt hier wieder rin gehen. Mal sehen, was jetzt passiert, wenn wir jetzt losfahren. Ja, hier, guck mal. Hier ist doch... Das hat irgendwas zu sagen, auf alle Fälle. Wir fahren jetzt erstmal los, ne Runde. Okay. Okay. Ähm. Das hat uns erstmal ja nicht gebracht. Irgendwas. Wir müssen irgendwie... Ach, nee. Ah. Absteigen. Warte mal. Ähm. Hier. Der Klaus Kinski ist doch hier runter. Genau hier. Vom Schlüssel. Jetzt haben wir nämlich den Schlüssel. Da war eine Schraube auf alle Fälle. Mal sehen, was Poki dazu noch zusammenkommt. So, und das hier ist dann tatsächlich der Screen, in dem Rufus auch endlich Doc kennenlernt. Doc wird halt ja für den weiteren Verlauf der Geschichte noch sehr wichtig werden. So viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ach, hör auf. Ja, doch. Immerhin ist er ja der ausgebildete, begabte Bastler und Neurochirurg. Jetzt, ich würde jetzt nicht sagen im Gegensatz zu dir, aber doch in seiner Expertise ist ja eigentlich unbeschreibbar, dass er dir da schon an einigen Stellen, also gerade wenn es zum Beispiel um den Zusammenbau eines Stromkehrs geht oder so, schon helfen kann. Also, dir schon eine gute Hilfe ist oder etwa nicht. Also, liebe User, was der Poki da macht, das wird oft gemacht, nicht? Dass man Figuren, Helden auf der Leinwand, nicht wahr, verwechselt mit den Darstellern. Also das hat mit mir privat, hat das nichts zu tun. Ich habe gar kein Problem damit, was anzunehmen. Ich kann auch nehmen, ich kann auch empfangen, da habe ich gar kein Problem mit. Also in der Beziehung, es hat nichts, was ihr hier gesehen habt, das ist nicht der Mensch, der ich wirklich bin. Also, du kannst auch nehmen im Sinne von, du kannst auch Docs Schnaps da aus seinem Flachmann nehmen oder hier irgendwie Gegenstände, die in der Umgebung rumliegen, die kannst du nehmen. Weil jetzt, ich meine auch bei den Sprachaufnahmen, wo wir gesagt haben, wir könnten dir ein bisschen Hilfe zukommen lassen, indem wir halt zum Beispiel den Stuhl, auf dem du immer sitzt, zusammenschrauben, bevor du dich hinsetzt. Dann hast du ja auch gesagt so, nee, lass das mal, das mache ich selber. Und im Endeffekt hat es dann ja doch ein bisschen länger gedauert. Also zunächst mal finde ich das echt scheiße, ja, dass DC so private Sachen erzählt. Wie geil, das ist total scheiße. Das ist so lustig. Aber nochmal für die Fans, also man muss auch einstecken können, sage ich immer. Vor allen Dingen, wenn man mal nachts zufällig in einem Comicladen einbricht. Man muss auch einstecken können. Und da habe ich mich immer dran gehalten. Jawohl. Wie geil. Hey, das ist richtig, oh man, die haben schon richtig coole Sachen gemacht. So, und jetzt können wir nämlich hier nach oben. Jetzt sind wir mal hin. Ah, nee, wir können ja hier, wir können ja hier jetzt rin. Wir haben ja das jetzt aufgemacht. So, dann nehmen wir hier rin, Digga. Und dann nehmen wir uns den Schlüssel auf alle Fälle und machen die Tür hier auf. Warte, haben wir hier. Was ist das? Ach, ein Sechskant. Genau, Achtkant-Schlüssel. Juhu. So, Pogi, was ist los? Ich fahre für diesen Screen und für das kommende Rätsel, das ich natürlich schon an der Wand vorankündigte, an der Tafel dort. Es ist eines der komplexesten Minigames, die ich mir jeweils einfallen habe lassen. Es war auch am schwierigsten mit, es zu dokumentieren und zu überprüfen, ob es überhaupt nicht doch noch irgendwelche Schlupflöcher gibt. Den ganzen Aufwand merkt man eigentlich fast gar nicht, weil die meisten das Rätsel wahrscheinlich ja doch durch Trial and Error lösen werden. Die Fanfare war aber gar nicht unbedingt für das Minigame selber, das mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, es zumindest zu designen, sondern für den Sachverhalt, dass wir endlich den einen Bug, den es in diesem scheiß Minigame noch über Jahre hinweg gab und den wir einfach nicht finden und beheben konnten, dass wir den endlich behoben haben in dieser Version. Ihr spielt dieses Spiel jetzt ohne diesen Bug. Ach, ich bin glücklich. Alles klar, also ihr habt vorher hier einen Bug. Okay, wissen wir natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, weil ich ja die Version hier zum allerersten Mal spiele. So, jetzt können wir wissen, mit den Achtkantschlüssel können wir jetzt erstmal den Wartungsklapp aufmachen und zu gucken, was da drin ist. Mal sehen, eine Sicherung auf alle Fälle. War die Sicherung nicht genau am Kran? Dann werden wir mal zum Kran. Hier müssen wir rin. Kommt er hier nochmal hin, oder? Okay, er kann zum Kran. So, dann haben wir hier auf alle Fälle den Sicherungsbeutzen. Hier, zack. Es funktioniert. Dann können wir wissen, Goal erstmal. Jetzt nur noch Goal in das Main-Bike hieven und wham. Wo ist das Main-Bike? Ach, scheiße. Ich wusste, ich hab was vergessen. Wir brauchen noch das Bike. Das muss da noch hin. Ach, du Scheiße. Okay. Wir müssen auf alle Fälle die Weiche stehen. Junge, Junge ist das Dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au. Ja. Ha. Licht. Änd. Hä? Die Dunkel... Ach du Scheiße. Also, wir müssen uns noch irgendwas einfallen lassen. Hier ist nochmal ein Hinweis. Weichenheber an der Außenkurve hin. Finde einen Weg dorthin. Okay. Wir haben auf alle Fälle eine Grübel-Birne. Die können wir ja vielleicht hier mal reinmachen. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ah. Autsch. Heiß. Ja, klar. Ist hier heiß. So. Jetzt ist nur die Frage. Die leuchtet ja nur gerade aus. Wie kriegen wir jetzt jetzt da hin? Wir haben ja noch auf alle Fälle... Was sollen wir eigentlich mit der roten Lampe machen? Die war doch hier vorne dran. Können wir hier vielleicht die... Ähm. Ja, wir müssen erstmal das Mini-Bike umdrehen anscheinend. Fahren wir kurz los, Digga. No. Wir müssen nämlich da hinten rüber. Wir müssen nämlich... Ja, steig mal aus. Wir müssen nämlich hier rin. Wir müssen hier rin. Ähm. Genau die richtige Kutsche... Ja, ja. Aber wir können nichts mehr machen mit dem roten Licht. Schade eigentlich. Hier ist noch Weichenstellkasten. Kann man hier irgendwas noch vielleicht machen? Stromumkehrer vielleicht? An Umkehr ist nicht zu denken. Hm. Eine interessant? Vielleicht den? An Umkehr ist nicht... Hm. Was können wir denn... Können wir den... Warte mal. Der tote Schaffner... Welche Ironie. Alter, der DZ ja. Cool. Mist. Ne, passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Scheiße, passt nicht. Die beiden sind nicht wieder praktisch. Hm. Können wir den vielleicht drinnen machen? Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den He... Wir brauchen den Hebel. Okay. Okay, 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 okay. Wir brauchen den Hebel. Wir müssen aber jetzt irgendwie noch... Wartungskasten... Ähm. Was ist denn, wenn wir den Spiegel da ran machen? Kann ja sein, dass es dann um die Ecken leuchtet. Spott auf. Einen... Okay, ein Dreck in den Spiegel. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Okay, wir brauchen wahrscheinlich den Lappen. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Okay. Wir brauchen irgendwas Flüssiert. Ähm. Da fällt mir jetzt eigentlich nur der Schnaps ein. Woanders war ja jetzt nichts Flüssiert. Vielleicht können wir den Lappen mit den... Schnaps verbinden. Und was wird das jetzt? Ich trinke mein Taschentuch mit Alkohol. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fussel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Ja, das ist natürlich schlecht. So, vielleicht können wir den ja auch trinken. Oder einfach mobsen. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Hm. Das hat er doch bloß so gesagt, oder? Der hat doch keinen Herpes. Okay, dann machen wir den sauber. So haben wir jetzt doch unseren nassen Lappen. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. So, und mit Alkohol können wir 100% hier den Spiegel sauber machen. Ja, baut erstmal zusammen. Kommst du öfter hierher? Na, er meint wahrscheinlich sich. So, dann können wir doch den Spiegel verwenden. Dann könnten wir da rein theoretisch drin leuchten. Und sehen was. Somit hätten wir erstmal Probleme gemüßt. Spot auf unseren Freund den Gleisarbeiter. Nein, du mach. Spot auf unseren Freund den... Okay, dann machen wir eben dann das Skelett. Nicht fallen lassen, okay? So. Und nun? Können wir jetzt... Ja, zum Glück beherrsche ich die hohe... Au, jepa. Nee. Hä? Die Dunkelheit muss... Blöd, dass der... Blöd, dass der Scheinwerfer... Ja, wir haben irgendwas mit dem Scheinwerfer noch. Wir haben noch irgendwas mit dem... Mit dem Scheinwerfer zu tun. Oh, so viele Akte gibt es da. Okay, alles klar. Dann sind wir ja noch richtig... Ups. Dann sind wir ja noch richtig weit entfernt. So, was können wir jetzt machen? Ach, der muss wieder nach oben. Der ist das Skelett hundertprozentig, Leute. Dann müssen wir hier rin. Den Hebel wieder hoch machen. Was war eigentlich der Knopf? Achso, der war für die Tür. So, dann nehmen wir da wieder rin. Nehmen wir nämlich wieder hin. Der müsste... Jetzt ist die Lampe aus. Ach so. Ups. Aha. Also, wenn wir das da oben... Alle Signale stehen auf... Warum bin ich über... Was müssen wir jetzt machen? Die Lampe leuchtet nur, wenn der unten ist. Oh. Der Rahmen ist schäbig. Spot open. Immer noch den... Der Spiegel hängt zu tief. Ja, klar hängt der zu tief. Aber warum... Warum leuchtet er nicht, wenn es hoch ist? Ohne mein Bike passiert da nichts. Achso, okay. Ohne mein Bike passiert da nichts. Ja, das ist ja jetzt sehr mysteriös. Wie kriegen wir jetzt den... Durch den Hebel... Durch den Hebel... Wir müssen irgendwas mit dem... Mit dem Fuß machen. 100% irgendwas mit dem Fuß. Weil der kann... Hm. Das ist ja... Wow, was ist denn jetzt los? Scherben bringen Glück. Nicht so lange ich noch zwei... Also mit dem... Ding ist das auch nicht getan. Wartungskasten... Was ist denn, wenn wir da die Lampe rummachen? Nein. Ach, bin ich blöd. Wir brauchen noch so einen Umkehrer. Wahrscheinlich, wa? Mal gucken. Da hält sich das Signal... Genau umgekehrt zur Signallampe. Oh, warum wir da nicht drauf gekommen sind. So, auf alle Fälle sind wir schon weit drüber über die Folgenlänge. Ja, wir haben jetzt wieder ein paar Rätsel gelöst. Wir können jetzt endlich in den Tunnel rin und den Hebel holen für die Weiche, damit wir endlich Goel holen können und auf den Kran hieven können und dann los ab Richtung Heimat. Ja, zum Schluss gibt es noch zu sagen, falls euch diese Folge fallen hat, hinterlasst ein Liken, ein Abo und teilt diese Video. Schreibt mal dann in den Kommentaren. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Ding Puppen hier. Ich bin erstmal raus. Und ciao. Mach euren Mist mal allein, ich muss weg. Oster, er muss dann mal weg.